Schütze die Umwelt! Vielleicht muss man sich manchmal klar machen, dass wir alle Verantwortung für unsere Umwelt tragen. Darum bin ich für Elektromobilität, denn schon heute haben E-Autos einen deutlichen Umweltvorteil. Und mit mehr Wind- und PV-Strom wird die Ökobilanz noch besser. Und wusstest du, dass über 90% der Komponenten einer Batterie recycelt werden können? Echt stark! Untertitelung des ZDF, 2020